Heute möchte ich euch einmal kurz die Scottish Folkpipe aus meiner Werkstatt der Sackpfeiferei zu Lübeck www.dudelsackbaulübeck.de vorstelle. Es ist ein schottischer Dudelsack in Zimmerlautstärke, ähnlich der Smallpipe und kann man wunderbar mit anderen Instrumenten zusammenspielen oder sogar zum Gesang oder zur Gitarre musikalisch begleiten. Die Fu-Pub hat drei Bordone stehend, die über der Schulter liegend so gespielt werden. Wir haben einen Bassbordone, wir haben zwei Tenor-Bordone. Dieser Dudelsack ist aus Pflaumenholz gebaut mit Verzierungsringen aus Olivenholz und wir haben hier Silvernickel-Verzierungsringe dabei. Und jetzt spiele ich euch ein Lied, damit ihr auch wisst, wie das klingt. Das ist ein Lied, damit ihr auch wisst, wie das klingt. Das ist ein Lied, damit ihr auch wisst, wie das klingt.